Miete, Gehalt, Einkäufe, Rechnungen, Überweisungen, Daueraufträge. Es passiert viel auf Ihrem Konto. Und wenn Sie ausreichend Geld auf Ihrem Konto haben, ist Ihre sogenannte Liquidität gewährleistet. Liquidität. Das klingt im ersten Moment nach fachchinesisch für Finanzprofis. Dabei ist es gar nicht so schwierig. Der Grad Ihrer Liquidität liefert Antworten auf alltägliche Fragen wie Kann ich mir einen neuen Fernseher leisten? Was tun, wenn meine Waschmaschine kaputt geht? Übersteigen meine Ausgaben meine Einnahmen? Mit unserer genossenschaftlichen Beratung behalten Sie immer den Überblick über Ihre Finanzen. Wir erkennen potenzielle Engpässe und unterstützen Sie dabei, Reserven aufzubauen. So meistern Sie die Herausforderungen des täglichen Lebens und sichern Ihre finanzielle Zukunft. Mit unseren verschiedenen Finanzangeboten stellen Sie Ihre Liquidität in jeder Lebenssituation sicher. Und dank unseres riesigen Filialnetzes müssen Sie nicht lange suchen, um an Ihr Geld zu kommen. Mit rund 13.200 Filialen und mehr als 19.500 Geldautomaten sind wir in jeder Region Deutschlands zu Hause. Aber auch im Internet. Auf der Website Ihrer lokalen Genossenschaftsbank oder bei Online-Zahlungen per Kreditkarte verlieren Sie Ihre Finanzen nie aus dem Blick. Ganz egal, wo Sie sich gerade in der Welt befinden. Mit uns brauchen Sie also nicht ständig an Zahlen zu denken. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich in einer Filiale vor Ort von unseren Mitarbeitern beraten. Ist das denn etwas? No, ich habe da. Also, das ... ist das Kattel der Vorur本当e Weg, soll Sie jetzt hier jako going straight passen, oder? Vielen Dank.